Salü, bienvenue à la Jäger, voilà la classe Sankt A. Salut, tu m'appelles Annie, tu t'appelles comment ? Salut, je suis Lémy, ça va ? S'il te plaît, avec toi ? Très bien. Tu es de Brasbourg ? Non, je suis de Paris, et toi ? Oh, pardon, je suis de Winsberg. Au revoir, à demain. Crêpes. Lé Café. Portemonnaie. Rouge. Rousin. 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 Man kann sich gut auf die Fremdsprache konzentrieren, weil man noch keine andere Fremdsprache hat. Und wenn man das Prinzip verstanden hat, dann ist es relativ einfach. Ich habe Französisch gewählt, weil wir mal einen Austauschlehrer hatten und ich unbedingt auch die Sachen verstehen wollte. Außerdem gibt es ja auch einen Austausch für die Schülerinnen. Das macht bestimmt viel Spaß. Französisch ist gar nicht so schwer, denn man bekommt alles gut erklärt und es macht einfach Spaß. Le français est cool, pour toi aussi! Le français ist ja auch ein bisschen zu viel. Bis zum nächsten Mal.